Solltest du als Foto- oder Videograf bezahlte Werbeanzeigen schalten? Wenn ja, wie funktioniert das und worauf musst du achten, dass das Ganze auch funktioniert? Herzlich willkommen in meinem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Tobi Obermeier. Ich habe mir in den letzten drei Jahren meine eigene Videoproduktionsfirma aufgebaut. Und heute möchte ich mit dir mal über bezahlte Werbeanzeigen sprechen. Im allerersten Step möchte ich jetzt erstmal die Frage klären, kann man denn überhaupt als Foto- oder Videograf Kunden generieren mit bezahlten Werbeanzeigen? Das heißt, wenn du wirklich auf Facebook, Instagram, YouTube, Google Werbeanzeigen schaltest, um wirklich dann Anfragen von potenziellen Kunden zu generieren. Und hier ist die ganz klare Antwort, ja, das Ganze funktioniert. Und es ist auch ganz egal, aus welcher Branche du kommst, egal ob du im B2B- oder im B2C-Bereich tätig bist, ob du Hochzeiten fotografieren willst, Hochzeiten filmen willst, ob du Autos fotografierst oder filmst, ob du Imagefilme für Unternehmen erstellst, Recruiting-Videos, ganz egal, aus welchem Bereich du kommst. Es ist auf jeden Fall möglich, mit bezahlten Werbeanzeigen eben Kunden zu generieren, beziehungsweise Kundenanfragen zu generieren. Aber dazu, dass das Ganze wirklich funktioniert, gehören viele verschiedene Faktoren und auf die möchte ich jetzt eben dann mit dir mal eingehen. Was ich da jetzt auch noch dazu sagen möchte und ganz wichtig ist, ich sehe viele Foto- und Videografen wirklich ihr Geld verbrennen, weil sie einfach willkürlich irgendwie Facebook- oder Instagram-Werbeanzeigen schalten. Und ja, somit verbrennen eigentlich viele von euch nur das Geld. Und wie gesagt, warum das Ganze so ist, möchte ich dir jetzt hier auch in diesem Video gleich erklären. Und ganz klar, wenn du noch nicht mal 3.000 bis 4.000 Euro jeden Monat konstant Umsatz machst, solltest du eigentlich keine Sekunde damit verschwenden, dir Gedanken über Werbeanzeigen zu machen. Weil wenn du noch nicht mal 3.000 bis 4.000 Euro konstant mit deiner Leidenschaft machst, macht das Ganze auch keinen Sinn, jetzt schon Werbeanzeigen zu schalten. Wenn du jetzt aber schon auf einem gewissen Level bist und wirklich schon mal 3.000 bis 4.000 Euro konstant jeden Monat machst, dann musst du nur noch verkaufen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst eine klare Positionierung und du brauchst ein konkretes Angebot. Diese drei Faktoren, wie gesagt, plus die 3.000 bis 4.000 Euro konstant am Monatsumsatz, sind auf jeden Fall ausschlaggebend, dass du wirklich erfolgreich Werbeanzeigen schalten kannst. Warum ist das Ganze so? Ganz klar, wenn du keine klare Positionierung hast oder kein konkretes Angebot, dann wirst du deine Zielgruppe schon mal nicht erreichen können. Und das ist eigentlich die Voraussetzung Nummer 1, wenn du wirklich bezahlte Werbung schaltest. Das bedeutet, du musst deine Zielgruppe wirklich kennen, musst wissen, wen du ansprichst und musst, wie gesagt, ein konkretes Angebot haben. Und dann, wie gesagt, eben gerade auch schon angesprochen, wenn du nicht verkaufen kannst, bringt dir das Ganze nichts. Bedeutet, wenn du dann Anfragen generiert hast, aber dann die potenziellen Kunden nicht zu zahlenden Kunden umwandeln kannst, bringt dir das natürlich auch nichts. Das heißt, wirklich diese Faktoren sind ausschlaggebend dafür, dass du erfolgreich Werbeanzeigen schalten kannst. Jetzt im dritten Step stellt sich die Frage, was benötigst du konkret dafür, dass du wirklich aktiv und erfolgreich Ads schalten kannst. Punkt Nummer 1 ist, wie gerade schon angesprochen eben, du musst verkaufen können, du brauchst ein konkretes Angebot und eine klare Positionierung. Warum ist das so? Wie gesagt, wenn du Foto- oder Videograf bist und irgendwie alles anbietest, kannst du im Online-Marketing einfach nicht deinen potenziellen Kunden konkret ansprechen. Und das ist wirklich das A und O. Du musst wissen, wer dein Kunde ist, du musst wissen, was für Probleme der hat und du musst, wie gesagt, ein Angebot haben, wo du konkret ihm seine Probleme oder seine Wünsche erfüllen kannst. Und wenn du alles anbietest, beziehungsweise wenn du alle ansprichst, sprichst du gleichzeitig eigentlich niemanden an. Dann Punkt Nummer 2, was du benötigst, ist wirklich eine zielführende Landingpage. Und die meisten Foto- und Videografen haben immer diese typische Portfolio-Webseite. Bedeutet diese Webseiten, wer bist du, was kannst du, was bietest du an, was hast du schon gemacht? Und irgendwo auf dieser Webseite ist dann ein kleines Formular, wo sich potenzielle Interessenten eintragen können. Und mit so einer Webseite wirst du zu 98% keine Ergebnisse mit bezahlten Werbeanzeigen erzielen können, sage ich dir ganz ehrlich, was du brauchst, ist eine zielführende Landingpage. Bedeutet, auf so einer Landingpage ist das Ganze so aufgebaut, dass dein potenzieller Kunde sich direkt angesprochen fühlt, sein Problem eigentlich klar geschildert wird und deine Dienstleistung als Foto- oder Videograf eben eine konkrete Lösung darstellt. Und auf dieser einen Landingpage-Seite ist alles dafür ausgelegt, dass dein potenzieller Kunde sich wirklich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit dir einträgt. Wenn ihr wollt, dass ich mal dazu ein konkretes Video mache, wie so eine zielführende Landingpage aufgebaut sein sollte, dann schreibt es jetzt auf jeden Fall in die Kommentare und abonniert den Kanal, dass ihr das Video dann auf jeden Fall auch nicht verpasst. Wenn du jetzt dann auch noch diese zielführende Landingpage hast, dann brauchst du natürlich noch was, dass das Ganze funktioniert und das ist Budget, ganz klar. Und hier bekomme ich auch immer wieder die Frage gestellt, so ja, hey Tobi, wie viel Budget sollte man denn täglich, wöchentlich, monatlich ausgeben, wenn man aktiv bezahlte Werbeanzeigen schaltet und da kann ich dir auch sagen, da gibt es keine konkrete Antwort. Das Ganze liegt einfach daran, dass es immer sehr, sehr individuell ist. Es kommt auf dein Angebot an, auf deine Zielgruppe drauf an, auf deine Werbeanzeige selber und natürlich auch auf den Skill, den du besitzt im Verkauf und so weiter. Deswegen hier ist es wirklich immer sehr individuell, aber ich würde sagen, also du musst schon mal, wie gesagt, locker mal ein Tausender im Monat ausgeben können, ohne dass du sagst, das tut dir weh und damit kannst du dann auch wirklich arbeiten. Und hier sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt und zwar, du brauchst Durchhaltevermögen und das ist irgendwie auch ein bisschen aufs Budget zurückzuführen, weil, wie gesagt, du brauchst Durchhaltevermögen, du musst auch mal damit klarkommen, wirklich, wenn du jetzt mal drei, vier, fünf Tage lang jeden Tag, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80 Euro ausgibst und keine Resultate bekommst und dann nicht gleich wieder die Werbeanzeige abschaltest, weil du hast ja jetzt 160 Euro ausgegeben und hast kein Lead gesammelt, also keine Interesse von einem potenziellen Kunden. Weil, wie gesagt, wenn das so ist, dann kannst du nicht deine Werbeanzeige analysieren und optimieren. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du musst wirklich analysieren und optimieren und, wie gesagt, das kannst du nicht nach zwei, drei Tagen machen, sondern da muss deine Werbeanzeige mal mindestens, ja, kommt darauf an, wie viel Budget, wie viel Tagesbudget du natürlich hast, aber deine Werbeanzeige sollte mindestens mal eine Woche durchlaufen, dass du sagen kannst, okay, woran liegt es, dass du aktuell noch keine Anfragen bekommst, was musst du optimieren und so weiter. Aber das sind jetzt mal so die grundsätzlichen Dinge, die du benötigst, um erfolgreich Werbeanzeigen zu schalten. Jetzt im vierten Step stellt sich natürlich auch die Frage, wo solltest du denn überhaupt Werbung schalten? Und hier ist es wie gesagt auch so, du musst wissen, wo hält sich deine Zielgruppe auf. Deswegen nochmal, es ist extrem wichtig, dass du weißt, wer deine Zielgruppe ist. Wenn du zum Beispiel einen Arzt ansprechen möchtest, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwie auf Instagram abhängst oder irgendwie du den auf YouTube erreichst. Den wirst du wahrscheinlich dann eher auf LinkedIn erreichen oder genauso, wenn du jetzt irgendwie ein größeres Unternehmen erreichen willst und Recruiting-Videos anbietest als Beispiel oder Business-Fotos für B2B-Kunden, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass du die auf Instagram findest, sondern da wird es eher so in die Richtung LinkedIn, Facebook gehen. Wie gesagt, grundsätzlich musst du wissen, okay, wer ist dein Kunde, wer ist dein potenzieller Kunde, wo hält der sich auf und wo solltest du Werbung schalten? Die üblichsten Plattformen, wo du wirklich bezahlte Werbeanzeigen schalten kannst, wo du auch Resultate drüber generierst, ist wirklich Facebook, Instagram, Google, YouTube und LinkedIn. Wenn du im B2B-Bereich tätig bist, dann ist auf jeden Fall Google, LinkedIn und Facebook interessant. Wenn du eher im B2C-Bereich tätig bist, dann macht wahrscheinlich mehr Sinn, dass du wirklich auf YouTube, Instagram und Facebook schaltest. Und das sind wirklich alle ausschlaggebenden Punkte, die du beachten solltest, um erfolgreich als Foto- oder Videograf Werbeanzeigen zu schalten. Wenn du jetzt sagst, du möchtest wirklich lernen, wie du explizit bei dir das Ganze umsetzen kannst, wie du erfolgreich als Foto- oder Videograf Werbeanzeigen schaltest oder wenn du sagst, okay, du möchtest auf dieses Level kommen, dass du wirklich mal 3.000 bis 4.000 Euro konstant Umsatz im Monat machst, um dann wirklich mal bezahlte Werbeanzeigen zu schalten, um dein ganzes Business als Foto- oder Videograf zu automatisieren und so weiter, dann check jetzt auf jeden Fall mal den ersten Link hier unten in der Beschreibung ab. Da kannst du dich nämlich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder jemandem aus meinem Team eintragen. Da analysieren wir dann einfach mal ganz individuell deine aktuelle Situation, schauen uns an, wo du stehst und gucken, wie wir dich da hinbringen können oder wie wir dich dabei unterstützen können, eben ja konstant 3.000 bis 4.000 Euro im Monat zu generieren oder eben, wie wir dir zeigen wirklich, wie du konkret explizit bei dir Werbeanzeigen schaltest. Wie gesagt, ich freue mich auf das Telefonat, es ist komplett kostenlos, also was hast du zu verlieren, deswegen check wie gesagt jetzt den Link ab, trag dich ein, dauert zwei Minuten und dann hören wir uns auch schon die nächsten Tage. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben, schreib mir gerne dein Feedback zu dem Video in die Kommentare, schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, schaltest du schon bezahlte Werbeanzeigen oder hast du das Ganze schon mal gemacht und hast du da das Gefühl gehabt, du hast eher dein Geld verbrannt oder hattest du tatsächlich schon deine ersten Ergebnisse? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wie gesagt, schreib mir das gerne in die Kommentare und an dieser Stelle auch ganz wichtig, abonniere jetzt den Kanal, dass du kein Video mehr verpasst und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, dein Tobi, keep creating, ciao!